Damit seid ihr gegrüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Part Beldus Gate 3. Ja, ähm, ein gemütlicher Sessel, aka Thron. Okay, es passiert nichts. Das hätte ich aber nicht erwartet. Du wirst nicht erwartet, in mehr interessanten Zeiten leben. Ah, ja. Ich dachte, da machen wir gleich. Dann werden wir gleich sofort angegriffen. Wenn wir hier... ... uns auf dem Thron platzieren. Tja, machen wir gut. Wir haben einige Kleidungsstücke, die wir ausprobieren können. ... oder weiterverkaufen. Eisenleiter. Okay, hier geht's wohl weiter. Wir linken die noch ein bisschen. Oder auch nicht. Nicht erreicht, noch dachte ich, ein Ratschen. Alles lehgeräumt. Schon ausgetrunken. Alles leere Flaschen. Oh, ein Knopf. Bevor wir den Fehler machen, darauf zu drücken. Erst mal die Kisten drücken. Hier ist mir die Kisten drücken. Okay, hier ist ein weiterer Knopf. Hier ist ein weiterer Knopf. Hier ist wahrscheinlich die Tür geöffnet. Mhm. Und wer es sich durchlesen will. Kann mal kurz pausieren. Porträt ins Tieflings. Neh, ich mach mit. Hm. Ein Whisky. Stopp Astario, du sollst vorne gehen. Steine Person hier. Ein enges Rund. Und nicht Geld. Ein Brief. An meinem 13. Geburtstag werde ich von Onkel Casador in den Stadtpalast gerufen. Der alte Drossel führte mich mit der Westenkutsche zum Schwarzdorf am Tor. Wo ich von Trägern und einer Senf abgeholt wurde. Und mich durch die Oberstadt zum Stahlpalast zu tragen. Der Kammerherr wartet sich darauf, mich in den Ballsaal zu führen. Einen für mich miströsen Raum, da ich ihn noch nie zuvor begetreten durfte. Aha. Ja. Nur ein Schädel. Ich colleague, dass wir heute kamen... Ich habe von dem Kart zurel. Ich habe hier vielleicht schon mal geklaut. Ich habe von mir ein Gefühl, ich habe zu sagen... Wie geht es jetzt die Welt? Ich habe vor und ich habe mich das nicht sehen. Ich habe zu訪�, das sind die Welt. Ich habe zuerst mit einer Herausforderung. Du hast die Welt. Sieht alles nicht nach der Hauptzahne aus, sieht alles nicht danach aus, wo der Meister sein könnte. Nix hier. Achtung, brüchig. Auch nix drin. Enttäuschend. Und das ist auch ein hübsches Amtdäcker. Brüchig. Brüchig. Sollte man die mitnehmen. Ah, ja. Das ist auch eine Folterbank. Brüchig. Pflege von Pärturen. Ein Brief. Ein Stücher. Operationsbesteck. Gehen wir mal mit. Tja. Mh. Tja. Mh. 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 Dich. Mh. 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 Tja. Mh. 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 Ah, hier geht es weiter. Für sowas von einer Schottengefälle. Unklarink, oh nix. Ich bin hier drin gefangen. Okay, wir haben die Schottengefälle gelootet. Aha. Da habe ich gerade viel in der Schatzkammer. Ich verwirrte mich deswegen nicht noch auf den Boss drücken. Aha, da geht es noch über. Ein bisschen Wein. Tja, hier mal hoch. Ist immer noch recht wenig. Ich finde es aber ein bisschen ernüchternd. Das untertrifft hier so ein bisschen meine Erwartungen. Ein bisschen Seife. Ein bisschen Seife. Tja. Ein weiterer Knopf stehen, wo wir drücken können. Um noch weiter zu kommen. Tja. Tja. Der macht hier wieder zu. Tja. Kann ich hier irgendwas übersehen. Das ist hier wirklich nichts. Das sieht mir jetzt hier wirklich nicht sehr mysteriös aus. Haben die uns doch nicht angegriffen, weil sie uns zum Master bringen wollen. Tja. 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 Das sollte funktionieren. Okay. Bürokorridor, da waren wir noch nicht. Oder waren wir da doch schon... ...pudest? Oha! Es gibt einen Schuss, um ihre Zeit zu zeigen... ...signende Dinge, die sie über die Jahre haben. Aber es scheint, dass sie in gutem Arten arbeiten. Mal schauen, ob wir das hier überlegen werden. Kasse los, vernieß. Einmal speichern, ja. Nur schnell reisen. Ist ja wieder möglich. Ist nicht möglich. Aha. Mit Kristellvase. Oha. Ja, Punkt. Ja, sieht so aus, als müssten wir dort lang. Oder dort lang. Das ist wieder eine verzauberte Tür, durch die wir nicht durchkommen. Und hier ist noch Grund. Ist auch noch eine Tür. Und hier geht es weiter zu einer weiteren Tür. Also. Mhm. mhm oh je wenn wir nicht die Opfer hier hinrollen das ist doch sowas von der Falle die Tagung von Kasdors Gedanken und so okay und wer es lesen will, pausiert mal kurz die Stadt könnte sein und niemand würde es wissen seine Liste von Personen die Jahrhunderte zurückreicht aber bis zum Mitteltagfoto geführt wird die Änderungen des Schädels heben und senken sich und sie über dich waschen lassen das Skull ist alles, was von der Vampyr Veljoth er wurde Kassador gab ihm das Geschenk und dann hat er ihm die Wälder der Vampirik Existenz sich auf deine Erinnerungen konzentrieren was ist und bei uns das erste nicht zu und weiter zum zweiten Erinnerungsmoment gehen gut das war das Daryon spielen so können wir uns daran erinnern wie eine schlechte Regel ich habe die Erinnerungen konzentrieren was ist ein Violet ist wenig auf das zweite Erinnerungsmoment was passiert was sie nicht wissen jetzt gerade was passiert du warst du warst durch eine erinnerung die Erinnerung und verletzt die Gefahr von Veljoths Veljoth erinnert wenn Kassador gegen ihn kassador kassador 11 Jahre der Erinnerungsmoment weil er verletzt der zweite Erinnerung ist der dritte ja ja Veljoth der dritte Erinnerung ist nicht zu spätigen ein ähnlicher Erinnerung hat Zeit um Plan Zeit um zu tun nur wenn andere bezigte präsentieren Cassador seine Erinnerungen erinnern ihn Killing him in the Rite of Perfect Slaughter. How they both laugh. Veljoth recalls Cazador boiling the flesh from his skull. And then to mock him, clamping his schooling scroll in Veljoth's jaws. The skull's eyes flash a final time and its jaws sag open. The scroll with all of Cazador's rituals is yours. Veljoth is no more. Nothing. Für meine Sünde wurde meine Seele zu Tinte gemacht, wird dieses Paragament geschrieben, wo sie für alle Zeit schlaft, was auf den Seiten ruht, wenn ihr sie nicht befreit. Ähm, wenn ihr die Truhe eingesteckt... entjammernd. Ist dann aber beim Händler nichts mehr wert, wie ich das kenne. Guck mal, da geht es tief runter. Wenn die nicht fallen, könnten wir jemanden von den Charakteren umbringen, wenn wir einfach springen. Okay, hier noch etwas speichern, wenn auch was am Lernen ist. Ja, ja. Und das ist gleich die nächste. Oha. Da sind Leute drum. Weiß nicht, ob wir die befreien sollen. Mal betrachten. Gut, diese armen Wölte habt ihr früher schon so geliebt, Astarion. Astarion wisst ihr, wer die gefunden sind. Was? Ich weiß nicht, was diese Präzion ist. Er hat alles von mir gebrötet. Und die anderen. Ich bin nur überraschend, dass ich solche Schwierigkeiten gesehen habe. Ich bin nur überraschend, dass ich solche Schwierigkeiten gesehen habe. Kazedor hat eine viel gereffene Palette als das. Du? Ich weiß. Du? Du bist derjenige von der Tavern. Du schreitst und schraubst und mich getrennt hast. Du... Nein. Du bist tot. Du hast mich so viele liebte Dinge genannt. Mein Name hat eine Lüriere auf deinem Ton. Sebastian. Du erinnerst mich? Du hast... Wunder. Schei. Du hast nie geküsst. Du zeigst mir wie. Mhm. Und du zerstörst mich. Okay, die sollten wir nicht befreien. Es kann nicht sein. Die alte Freunde von Asteroon. Und wir waren immer gescheitert, oh Gott. Du hast... Du hast... Du hast... Du wirst... ... Wie lange? Was? Wie lange habe ich hier unten gelebt? Er ist für einen desverantwortlich. Ich weiß nicht warum das einschüchtern ist, aber... Oh! One Point. Aha, ich habe schon ein anderes geguckt. Find einen Weg, wo ist er jetzt? Wo ist die Schlüssel zu eurer Zelle? Haltet durch, wir kommen wieder. Und dann? Was passiert zu uns? Wir werden euch befreien, was sonst? Das hängt von euch ab. Könnt ihr euren Hunger kontrollieren? Was wollt ihr denn? Ich habe nicht die Absicht, eine horde hungrige Brut freizulassen. Ich... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß, dass ich das Gefühl habe. Aber du kannst die Ergung nicht resistieren. Du kannst nichts tun. Du kannst es schnell machen. Ich kann nicht weitergehen. Wir werden zurück. Du hast mein Wort. Mit Kindern? Mit Kindern? Was sind Kinder? Holy shit. Dann kann ich mit uns selber reden. Wenn ihr mir die Wahrheit gesagt habt, dann ist das eine legendische Menge an Seelen. Dann hat Sebastian euch irgendwie verletzt. Wird es euch wieder besser gehen? Irgendwie grotesk. Sie werden... ... gut schild gehalten. Hmm. Es gibt nur eine Grunde, dass sie alle hier sind. Sie müssen sie für den Ritual. Sie müssen sie für den Ritual. Alle von den 7... ... wir müssen in 1,000 in den Jahrzehnten. Sie sind alle lambs für seine Slautung. Und wenn ich... ... was zu nehmen, ... sie würden alle sterben. Sie sind mit meiner Hand. Jeder... ... wer mir genug vertraut hat, ... um ihre Slautung zu lassen, ... Innocenten... ... Idioten... ... und die Unlucky. Es ist egal. Ich werde sie alle verletzen, ... wenn ich das Ritual machen möchte. Aha. Sie können sie retten. Das war Kasedors grausamkeit. Sie... ... die sie in diesem Zustand an denen gehalten hat. Und nicht eure. Denkt nicht an Sieg und sie durch auf euch selbst. Was ist der Punkt? Sie sind so gut wie tot. Ich dachte, sie waren tot. Wenn sie eröffnet werden... ... werden sie unglaubliche Karnage causieren. Sie werden ravenös. Sie müssen sterben. Es besteht immer noch Hoffnung für sie. Ihr seid entkommen. Ihr habt euch erholt. Es seid ihr nicht. Es ist darin nicht wirklich. Wenn sie sterben, ... werden sie euch genau so hassen wie ihn. Solltet ihr niemals vergessen. Habt ihr denn kein Mitgefühl? Vielleicht macht es eigentlich keinen Sinn. Sie sind in einem Staat, weit über alles, was zu mir passiert ist. Dekäden von Halt, ... werden sie innerhalb von ihnen enthalten. Ich... ... kann gar nicht anfangen zu erinnern. Wir müssen Kasedor finden. Das muss enden. Wenn wir noch Kasedor da oben bringen können. Wir haben schon Schlimmeres... ... Schlimmer besiegt. Hm. Es wird mal Zeit für das Talion. Klamotten zu wechseln. Ein Paisierendes Gewand. Jetzt haben wir was tolles für ihn. Ein reichisches Feißes Gewand. Gutes und schlecht. Herrliches Obsidian Gewand. Ein Löwenherz Gewand. Oha. Achso, das ist für den... ähm... Das ist ein Untergewand. Mit... ... Schwestern Hirthans. Wirkt uns das Gewand. Das könnte uns für... ... das könnte uns stehen. Blödsinn. 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 Willst du tanzen? Blödsinn. Blödsinn. Haben wir noch was... ... für Carla? Ein arktisches... blaues Quacken. Das ist aber rot. Blödsinn. Ah ne, das... ... versucht Gläte zu tragen. Obwohl das... ... im Taurus Freizeitkleidung passt besser zu ihr. Ich habe viel auf meinem Mind. Eine Krüstung haben wir nicht dabei. In es. Hey! Hey, du! Komm näher. Oh Gott! Es kann nicht sein. Es ist du. Ich wusste es. Ich werde dich töten. Als ich hier raus komme, ich werde dich töten! Warum kennen diese Kinder euch? Was ist los mit euch? Das werde ich nicht tun. Das Darum gehört zu mir. Ich weiß nicht was du meinst. Ich habe diese Kinder in meinem Leben nie gesehen. Ah ja. Liar! Du bist derjenige, der uns gebrochen hat. Du bist der Grund, warum wir Spawns. Ich werde dich töten! Ja, jetzt, dass du es erwähnt hast, und ich habe das gemacht. Aber nicht auf mich wie das. Casador's Orders. Das ist die Gewaltung von meiner üblichen Rettung. Ich habe sie nicht mit süßen Rollen oder was. Ich habe sie wirklich vergessen. Ich habe sie wirklich nicht vergessen. Ich fühle mich nichts, als ich sie ihm übergebracht habe. Oh. Darf ich mal feststellen, dass Kinder entfügt haben? Vergessen? Dass du es getan hast? Bitte was? Ich glaube, dass das ein Geschwindiger sein wird. Ich denke, es ist aber auch ein guter Freunden. Ich glaube, ich kann es werden, dass sie noch weiterfacht sind. Ich glaube, dass das mit einer Frage hinbegut werden. Sie sind die Verkaufsliegen. Sie sind die Verkaufsliegen. Alle Ideen sind diejenigen. Die Menschen sind die Ehreinig. Du hast, die Menschen erschien, die ich mich daran verlet wurde. Von der Schwerfen habe. Es ist das Angst, die Menschen die Welt. Ich verstehe. We are not children. Don't call us children. We'll drink you dry. Thirsty little brats, aren't they? I'll show you thirsty. I hope Cazador finds you and drains you to a hut. They are not so sweet children. Are we coming from here or what? We don't come from here. We have to continue. Oh, Cazador's song. I don't know. Who stands before us? Is this truly our prodigal son? Do not slouch before me, boy. Have you no respect for yourself? Look at you. Crawling back after abandoning your family. You should be begging our forgiveness. Screeble am NOT eingreifen. Er schuldet euch nichts. Daran hat er... Angst vor euch. Ihr seid erbärmlich. Was in den neuen Höhlen geht hier los? Have you fallen so far, that this speaks for you? I don't need anyone to speak for me. No. You always had a gift or words. I fondly remember your empty boasting, your tired jokes, your endless brattle. No! Shut up! Do you want to pay your dignity? What are you doing with these people? Where is the Asterion? Do the cattle not know you, boy? Have they not seen your fits of temper? You son of a bitch! Ah, damn it. Asterion. You are not my power. You truly thought our bond as creator and creation was all that stopped you from killing me? Oh, you are weak, my child. You are a small, pathetic little boy who never amounted to anything. We still don't know his weak. We should then save him. But today you will finally do something worthwhile. You will burn and I will ascend. No, fantastic. No, stop him! Get me out of this! What? How? Witness the birth of the vampire ascendant! Ecce Dominus! By the way, when he is a wooden target and you can see it together. Ehhhhhhh. With a... 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 With a little... So weit sind wir noch nicht und... What? Wie sollen wir ihn denn besiegen? Nein, fantastisch. Sehr schön. Und das darin, was wir mit ihm können, um ihn zu befreien. Ich muss mich mal irgendwie zurückziehen, wenn das mal möglich ist. Ja, nicht so, aber... Scheiße. Warte, du hast doch... Fünf rechte Niederrunde. Ich kann die Flieger immer so ausschalten. Na toll. Die Flieger sind nicht das Problem. Und die Wölfe eigentlich auch nicht. Nur mit Kala und... Dann geht es hier schon irgendwie da rum. Ich mache mir gerade mich so, dass da dort so ein bisschen blöde stehen. Ja. Und die besiegen über ihn. Okay. Das ist schlecht. So noch zwei Kämpfer. Wie zur Hölle. Wir haben noch einen Kämpfer. Okay. Und der ist... Wir haben null Kämpfer. Ja. Finde ich großartig. Und ich bin tot. Läuft hier großartig bisher. Ähm. Hätten wir uns irgendwie im Dialog besser klären können? Das Tarion einfach nicht mitkleben. Irgendwie ist es jetzt einfach zu unterlevelt hierfür, glaube ich. Ach, scheiße. Irgendwie hätten wir noch... Wir hätten hier noch nicht kämpfen sollen. Irgendwie zur Hölle. Wir können gar nicht... Wir sind absolut kampflos. Wir können nichts... Wir können nichts tun. Sie schläft. Sie ist... Äh. Ja. Ich habe eine Bombe hier platziert. Das ist sehr gut. Ach so, ich bin dran. Kann ich angreifen? Warum kann ich nicht angreifen? Kann ich mal jemand auf die Bombe schlagen? Kala ist tot. Läuft ja super. Äh. Ja, nice. Hm. Und der soll gespeichert haben. Da seht ihr noch irgendwas? Kann ich auch nichts tun? Wie lange rast. Wie lange rast. Dein Begleiter dauert auf die... Äh. Nö. Okay. Er ist jetzt zum Vampir gewonnen oder was? Aber wir leben auch nicht mehr. Wir sind... Wir sterben hier gerade alle. Könnt ihr... Könnt ihr das bitte jetzt mal... Was läuft hier eigentlich gerade? Nehmen auch keinen Schaden. Das ist interessant. Ähm. Stehen da drum herum, aber greifen nicht an. Der Spiel uns damit sagen, dass wir neu laden sollen. Warum greifen nicht an? Ach. Sie ist wieder da. Aber toll. Ja toll. Wozu? Das macht doch keinen Sinn. Wenn das da weg ist und die beiden tot sind. Müssen wir ihn nur da haben. So, ob sie das alleine schaffen würde. So, ob sie die ganze Banke haben würde. Wie ist das? Das ist wirklich großartig. Was ist das? Ich bin weitermotiert. Kanierst du dir in den Taschkamp? Wie kommt denn die Bons? und 하는데ausz. Wir könnten hier noch was versuchen. Ja, nee. Ohne mich. Vielleicht können wir mit dem Link jetzt noch irgendwas tun, ansonsten... ...ich weiß ich nicht. Wow, fuck this shit, I'm out. Das Stadion kann gerne machen, was er will. Die Quest können wir später vielleicht nochmal wiederholen. Zum Glück nur in den Quest. Eine Begleiter-Quest. Stadions-Geschichte. Aber der verlässt uns das nicht dauernd, deswegen... Wollen wir über die Quest ignorieren, aber... Der elevator liegt bereit, um dich zurück nach dem Palace zu bringen. Lass uns hier raus. Ich habe mehr als meine Gefühle in diesem Ort gehabt. Vielleicht lassen wir die anderen dann im Stich. Vielleicht wird das dann... Ich weiß nicht, was jetzt, was dann hier kommt, aber... Vielleicht entscheiden wir uns dann für einen schlechten... oder falschen Weg. Aber... Wir können diesen Kampf momentan nicht gewinnen. Das ist gerade unsere einzige Möglichkeit, hier irgendwie... ...lebendig rauszukommen. So, wo ist der Ausgang? Wir können den Blut spüren. Wir können den Blut spüren. Warum der einfach hier auf der Stadt... Man sitzt ja auf der Stadtmauer hier. Okay, warum der hier... ...und hier so leben kann. Ich gucke das hier keinen... ...oder hat er die... ...hat er die Fürsten... ...gestopfen. Obwohl, der Fürst ist ja Gotasch. Das ist ja... Hm... Ja... Okay... Ich habe nichts gesagt. Das ist ja schon seit Jahren hier. Der Gotasch noch nicht. Das ist ja schon seit Jahren hier. Hm... Naja... So... ...das alte Versteck des Imperators... ...auf... ...und... 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 schön und gut aber gar nicht um so gesorgt und wir gehen dann hier mal wieder runter so kommen wir hier oben den bereich haben wir noch nicht erkundet und wenn ich das sehe geht es auch hier dann weiter in die richtung oder wir gehen hier hin ich kluge joh oh schade sonst nicht aufs klo setzen fragt mich ob wir noch die die sängerin die baden kann ich nicht aufs klasse denken in dir aha das hätte gerade interessantes gesprochen ein ehrlicher Kaufmann das kann ich jetzt sehen wie ich noch nicht das kann ja und ich bin der ich bin ist der ich bin ich bin der und ich bin die ist ankaufen in der Rütterrüstung ein paar Bücher die Nachrichten das wird noch gebrauchen ok die Nachrichten die ich behalten die Blätter die waren schön er hat so viel gar nicht um die Rüstung abzukaufen die Kopfgebilderung die ich behalten vielleicht kann es einer von ihnen nur tragen die Gewinner sehen ja noch schön aus können wir es noch behalten oh ja ok nehmen wir sein ganzes Geld ab nimm doch mal die Stummeln an Vampirgemäke ähm ok hier 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 So, das kann ich nicht verfolgen. Ich muss die Briefe loswerden. Okay, das ist pleite. Sehr schön. Satisfaktion garantiert. Das ist krass, wenn er keine Gewinne mehr macht. In welche Richtung wollen wir jetzt? In die Richtung, oder? Ja. Da haben wir noch nicht erkundet. Hier geht es in den Fluss hinein. Oh, ah. Da ist die da drin. Schlafen wir mal am Bescheid. Okay, wer ist hier drin? Da kann ich zum Glück nicht verwendet gehen. Da sind aber auch Gegner drin. Ich sollte hier sowieso mal speichern. Da stehen Wachen in dir. Ob eh nicht geklappt. So, jetzt aber. Wir schlagen meine Darnung in den Wind. Wir wollen hier blühen dann. Wir kommen mit der Küche. Oh ha. Wir kommen an anderen Etagen. Wir kommen an anderen Etagen. things can we. Nein, das kann man nicht. Wenn wir zu stehen bleiben, ist eine gute Idee. Ich bin heute noch nicht genug Kämpfer. Vielleicht schaffen wir diesen Mal. Neben der Treffer. Raserweil. Okay. Zumindest kein Boss-Kampf, den wir nicht schaffen können. Ich werde schon treffen. Die müssen erstmal runterkommen. Ja, aber die sind alles Gegner. Schaffbar sind. Laubes. Okay, kommen wir links. Das Tarion muss mal zum Weg gehen Ich hoffe, die kommen nicht von der Seite Für uns aber wahrscheinlich Oh, die Dame Das Tarion Das ist zu weg Das ist zu weg Das ist zu weg Das ist zu weg Mal schalten Können von beiden Seiten angreifen Das war ein P-Schlag Das ist irgendwie auch Das tut er Das ist der erste Okay, das ist ganz schön ziel Ja F-Shot Na komm Fehlschlag, na toll Komm mal hier runter Wir müssen auch dort drin sein Fliegschlag Das war fantastisch Ah, die hat einen Schülz Wir sind auch Wir sind auch Wir müssen noch etwas machen Wir sind Wir sind Daher Wir sind Daher Ich bin Wir sind 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 Ja, Heilung wäre mal gut gewesen. Ein bisschen blöd, Mann. Fehlschlag. Yes! Ganz schön viele Fehlschlag erschläge hier. Oh je, erst da, wir haben den Halt durch. Einen Heilerin vergessen zu heilen. Heap ohne Waffen. Jetzt habe ich ihn keine Waffen mehr. Wundet zerstört. Wundet zerstört. Ich habe den Waffen mehr. Ich bin mehr. Ich blöcke jetzt immer noch die Tür. Ich habe keine Heilung mehr. Oh Gott, er hat mich angegriffen. Ich bin nachlässig. Er wartet hier oben. Er kämpft von oben. Fehlschlag. Oh, was hält sich? Ergung, sollte Gegner verboten sein. Nur wir dürfen das. Wir bauen dann mal eine neue Waffe für Astarion. Ah. Der Weg ist frei. Wir können hier mal hoch. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Wir kommen immer nach hinten. Aber ich glaube nicht, was alles. Aber wir müssen uns noch mal schlafen. Ich bin nicht vielleicht. Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin nicht auf der anderen Seite. Wir müssen uns noch nachdenken. Gibst es mir. Ich bin nicht zu einfach. Ich muss immer ausrüsten, bitte. Okay, wir können mal eine Waffe ausrüsten. Okay, wir können natürlich hier nur zu lang. Der Weg ist ja schon versperrt. Hier unten ist noch jemand. So, was ich sehen. Nicht ein Bewegungszater, verdammt. Jetzt kommen wir rüber hier. Oder auch nicht. Können wir ihn hier angreifen? Können wir. Ist sie da drüben? Was wird da ziehen denn hin? Was machen wir hier nach draußen? Jetzt kann Carla auch. Woher ist sie nicht? Stausch auf mich. Nichts was wichtiger ist immer schwer. Wir müssen hier nach. Entfernt. Ne, die verdiebt sich zwischendurch, ach da drüben, ne, das ist er, wo verdiebt sie sich. Ah, kommt wieder runter, hat sich doch entschieden mitzukämpfen. Das war aber nichts. Okay, ich bin dann in die Richtung unterwegs. Ich bin dann in die Richtung unterwegs. Kannst du an den nächsten Zug auch angreifen. Er versteckt sich da drüben dieser Schirm. Auf dem Dach gibt es ein paar Blümchen. Oh, komm, das schaffen wir noch. Wo ist sie denn? Wieder hochgegangen. Jetzt ist der Koffer zerstört. Nun, das ist mein glücklicher Platz, Soldier. Ich werde nicht in die Richtung geben. Ich werde nicht in die Richtung geben. Nehmt ihr Deckmock. Können wir hier irgendwo rüber? Können wir. Du versteckst dich nicht mehr. Na komm her. Ich bin dann. Ich bin dann wieder hochgegangen. Wie geht es? Ich bin dann wieder hochgegangen. Das wird gut sein. Keine Entfernung. Komm, ich kann mich nicht mehr behalten. Ein weiterer Schritt nach vorne. Okay, Zeit um zu sehen, welche neue Horrors für uns warten. Sehr schön. Wir bringen uns mal im nächsten Part hier um. Bei dem Part, den haben wir jetzt schon... ...überzogen? Ja. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Wie viel weiter kann ich gehen? Wie viel weiter kann ich gehen? Wie viel weiter kann ich gehen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020